Mein Name ist Stradivarius und I am here to poop! Hoden Sack! Ich würde Sie gern der Sicherheitslinie-Richtlinie verweisen. Der Erzfeind! Der Erzfeind! Und dieser Mann, der ist auch wirklich sehr süß und eng. Guter Mann, darf ich mit unter Ihren Schirm? Geil, vielen Darm! Geil! Oh nein! Nein! Du hast Scheiße gebaut! Der Masthof! Endlich, endlich ist es auf Band! Die Gewalt des Seibs! Das Masthof-Team voller Frauen! Süßes oder saures? Aber doch nicht heute! Ist doch egal, es ist Wochenende! Nee, komm! Nein! Alter! Junge, das gibt's doch nicht! Die war bestimmt nie geimpft! Süßes oder saures? Es ist Halloween! Es ist Halloween! Nein, wir wollen Süßigkeiten! Wir wollen Süßigkeiten! Ey, hör auf! Hör auf! Sie haben einen schön gepflegten Fuß! Sie sind das Aushängeschild dieses Vlogs! Wir kommen herein und der Kellner fragt mich, hey, what's up? Und meine Antwort ist, mein Dick! Und das fand er leider nicht lustig! Und das bedient er uns nicht! Das macht mich so wütend! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich habe einen guten Weg! Die Hunde sind aus Rand und Band! Ja, 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 ja! Ja! Ja, ist ja gut! Ist ja gut! Ich train hier gerade die Doku! Fratern, ein stabiles Objektiv! Das ist dein eigenes Haar von Gut, Alter. Was gehört dein gesamtes Haar von Gut zerschlagen? Was gerade dein gesamtes Haar von Gut zerschlagen? Scheiße. Also wenn man jemanden ausrauben sollte, dann wahrscheinlich diesen Mann. Also ich distanziere mich natürlich grundsätzlich von schwerem Raub. Alles gut, das war Spaß. Ja, Junge, dieser Blick, Alter Junge. Sind sie Iglus Mulmus? Ja, okay. Fünf für alles. Junge, du bist ein Spender. Wieso, da sind Läuse drin, das ist der letzte Schmutz. Viel Sack. Junge, Pufftschoße. Pufftschoße. Ich hätte gern einmal einen Kupftschoße. Oh, das ist Mädenvie. Vati. Man hört schon die Polizei, das macht nicht so geil. Das ist Abenteuer Urlaub. Ja! PCR-Tests für alle. Komm. Geil. Die feinsten Schajas. Ein Ringo. Die feinsten Schajas. Das sind die feinsten Schajas. Rego, da ihre Freunde stechen uns ab. Oh, nee. Die haben alle Freunde und die haben alle einen Mercedes und einen Shisha-Bahn. Oh nee... Geschlechtsverkehr mit Rebhühnern! Fynn das Maul! Das ist ein Naik! Greco! Alter was bist denn du für ein Geschöpf, Alter! Es sieht auf jeden Fall sehr englisch aus. Sieht sehr eng aus... Buhh! What?! Excuse me?! Ähm... Kampf! Kampf den Simpsons vor! Kaaap! Everything is ok? Do you like it? Oh, yes! I'm... Enjoy it? I will enjoy you! Wenn es ne Symbiose aus Scheißen und Kotzen ist, dann heißt es man ist erwachsen. Ich hab echt kein Wort das Huhn wieder loszulassen! Ach, das Huhn ist voll mit Scheiße! Das Huhn wird Scheiße! Das, was du ausscheißt, ist Scheiße! Das sind halt einfach alles Tatsachen, die du nie leugnen kannst! Deswegen friss dein Huhn und scheiß dein Huhn! Ich kost' das Huhn! Ah! Du kost' das Huhn aus! Du sollst das Huhn in mein Maul kosten! Can I eat this shit? Ich hoffe, die haben hier auch dreifach gedämpften Jarrak! Es leben ein Block! Der Onkel tickt das Ott! Hier gibt's Heinz des Heys für nen Achterkuss! Kommen Sie schnell! Der Mann hat 20 Gramm auf Tasche! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ist es wie der Hauswiss? Wie immer von Adlers in seinen Videos! Frisst du der? Ja, das ist der! Ja, das ist der! Logisch, oder? Das sind wir! Ja, logisch! Und wer ist er? Ich bin dieser Geisteskranke mit diesem Opa-Gerb! Alter, das ist der! Ja, was ist der? Ich würde schon mal ein paar Spisskarten! Mit dunkler... Ja, genau die! Ja! Geil! Vielen Dank! Ach, das war's schon! Ich dachte, ich krieg sowas hier! Ach, scheiße! Anal Sex! Ihr geliebter Onkel, entspricht das hier alles den Qualitätsstandards von Frischfleisch? Oh nein! Was ist denn hier der Architekt, Alter? Was ist denn das? Oh nein! 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 Übrigens, Leute, ich bin so einem Viertel Polen! So einem Viertel! Entschuldigung, mein Nudeln ist super spicy! Nudeln? Ja, das? Sind Sie Iglus Mulmus? Nein. Kann ich mit Ihnen interagieren? Nein. Das muss alles hier auf dieser Dame landen. Warte, warte, warte. Das muss alles hier auf der Dame landen. So, lasst es euch schmecken, meine Lieben. Und ich hoffe, ihr fickt da noch schön. Ja, ne, ich bin das ernst. Ihr sollt da noch ficken. Ihr sollt Geschlechtsverkehr haben. Und wenn nicht, dann geht es wirklich. Ich werde dich finden. Oralverkehr mit einem Inder. Ich führe meinen Kolben in dich ein. Ja, dass die Brücke weg muss, das wissen wir, glaube ich, alle. Kaum. I wish you were my grandpa. Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich glaube schon. Ach du meine Geschlechtsverkehr. Chaot, ich wusste nicht, wie es jetzt weitergeht. Sie hat ja gesagt. Ich wusste nicht. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wer hat denn jetzt bitte nicht mit einem Nein gerechnet? Diabetes! Ich krieg die Scheiße hier aufgeblasen. Es dauert viel zu lang. Jetzt reicht's! Es reicht! Es reicht! Die Scheiße! Bruder, wo gibt's Ihr Papa-Hase? Haben Sie Süßigkeiten, Süßes oder Saueres? Ich habe einen Tumor. Ja, wir kriegen Süßigkeiten. Ihr wart zwar 70, aber genau das ist unser Alter. Ich mag gut gereifte Früchte. Vielen Dank, liebe Frau! Moncherie! Ich liebe es! Nein, ich hasse Moncherie! Jawoll, perfekt! Das kannst du zuhaben. Alles gehört dir. Dankeschön! Vielen herzlichen Dank, Sie ist eine gute Frau! Nein, ist sie nicht, denn sie frisst Moncherie! Damit die Leute jetzt aufs Maul musst du aber erstmal klingeln! Hey! Sehr stark! Hallo, eine Lieferantenbestellung! Nein, nein, Süßes oder Saueres, es ist Halloween! Ah, danke! Mein Mind ist und dies ist... Kampf der Borgeisenbahn, du Sau! Guter Mann! Können Sie mit diesem Objektiv in mich zoomen? Ja. Können Sie mit diesem Objektiv in mich hinein zoomen? Ja, wenig. Ich möchte, dass Sie mich durchdringen! Ja! Das wäre mit dem 200er nicht möglich, dass ich Sie durchdringen! Nein, mit genug Vaseline wäre es möglich! Dann wäre es möglich! Ja, ja! Schönes Wochenende, Bré! Ich will einen Schiessburger! Ich will einen Schiessburger! Ich will einen Schiessburger! Wiederschön! Ich bin verrückt geworden! Ich bin einfach verrückt geworden! Man sollte mich einweisen lassen! Äh, Junge... Ja, äh... Ja, äh... Ich... Junge, ist das krank! Ich brauche ganz dringend was zu trinken! Ach, der Mensch! Das Kinder da kriegt sogar wie mir, hä? Ja! Wollt sie ihn haben? Wollt sie ihn haben? Nein, geht's! Nein, okay! Sie müssen Auto fahren! Ich muss echt sagen, dass die Werte für mich persönlich ganz anders sind! Also, ich finde, eine Frau muss eine Herausforderung sein! Sorry, I don't speak German! Äh, äh, äh... Women has to be, ähm, an adventure to, ähm, an achievement to unlock! You know? Der Mann ist ja frisch! Hey! Hey! Was machen wir jetzt damit? Und wir schenken's dem Fährmann! Ja, dort ist der Fährmann! Dort ist der Fährmann! Dort ist der Fährmann! Nee, dort ist der Fähr... Was hat's denn jetzt gemacht? Das ist auf dem Boot! Oh, nee! Jetzt findet er das! Ach, nee! Der guckt bloß, ob das Boot sauber ist! Ja, das ist sauber! Mach dir mal keine Sorgen, Bruder! Das ist so ein geiles Boot! Ja, nee! Ich bin's ernst! Oh, nein! Jetzt hat es gefunden! Ach, du Scheiße! Oh! Flötmann, hol's ab! Alter! Junge, was für eine Szene, Junge! Was für eine Szene! Mann, ich will heben! Nimm uns mit, Bruder, bitte! Komm! Herr Lage, fehlt's in ihm! Ruhen Sie weiter in Frieden! Film das doch mal zum Henne! Zum Henne! Junge, was zum Fick! Was ist denn das, Alter? Was? Wie geil! Oh, hier hat er noch rumgebrüllt! Das war bestimmt der Max! Der Truthahn sollte missbraucht werden! Scheiß! Fuck! Das war ein Versehen! Sorry! Das war ein Versehen! Scheiße! Jetzt sollte ich... Ich sollte flüchten! Ich habe gerade aus dir eine Flasche Wein zerbrochen! Es tut mir leid! Es tut mir wirklich leid! Scheiße! Oh, Mann! Oh, nee! Oh, nee! Ich bin hier gefangen! Ich habe gerade eine Flasche Wein zerbrochen! Es tut mir leid! Scheiße! Es tut mir leid! Wegen der Flasche Wein! Oh, nee! Ich sollte weggehen! Oh, Scheiße! Ich bin ein Verbrecher! Ich bin ein Verbrecher! Scheiße! Ich bin... Ich bin ein Gottverdammter Verbrecher! Es tut mir leid! Ich fühle mich so schuldig! Es tut mir leid! Ich bin ein Verbrecher! Es tut mir leid! Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Ich sollte hier einfach raus! Was mache ich überhaupt hier? Was mache ich hier? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja, ist mir egal! Es tut mir leid! Ich bin eine Drecksau! Ich bin eine Drecksau! Ich bin eine Drecksau! Was sollte mit Drecksauern passieren? Sie sollten den Laden verlassen! Ich bin eine verdammte Drecksauern!